Action! Moment, ich kann's ja probieren. Ja. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut, zu unserem Gezockt-Spezial, Tag 2. Ihr könnt das jetzt auf einer Bandskala von 0 bis 3 bewerten, wie wichtig das am Original dran war. Zu langsam wahrscheinlich. Ja, aber gestern gab's ja schon Tag 1 unseres Gezockt-Spezials, wo wir, Freitag ist Steffen erst um 18 Uhr gekommen. Dementsprechend waren's nur 6 Spiele. Gestern hatten wir den ganzen Tag Zeit. 12 Spiele. 12 Spiele haben wir uns verdoppelt. Heute wird's ein bisschen weniger, weil Deutschland spielt heute. Das werden wir gucken. Wir drehen jetzt das Video. Danach vielleicht noch ein anderes Video. Wir haben gerade die Zielung gemacht. Dann fährt Steffen halt nach dem Deutschlandspiel auch schon relativ zügig. Also vielleicht kommen wir auf 1 bis 3 Spiele heute. Wir gucken mal. Da werde ich euch dann wahrscheinlich alleine berichten morgen, wenn es was zu berichten gibt. Wir haben auch gerade das Gewinnspiel schon gemacht. Also herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und ja, wir haben natürlich viel gespielt. Da es 12 Spiele sind, wir werden versuchen, es kurz zu machen. Und ich hoffe, dass ich Steffen noch mal bremsen kann. Ihr kennt das ja, wenn er ein bisschen aufruft. Ja, wenn ich einmal anfange zu reden, dann hört ich mir auf. Ja, Yokohama habe ich deswegen spielen wollen, weil du die ganze Zeit davon geschwärmt hast. Und ich mir immer denke, wenn der Ben von einem Spiel schwärmt, das so aussieht, dann muss es mehr haben. Wir kennen das ja wahrscheinlich. Das ist verkehrt rum jetzt, oder? Ja. Nee. Genau. Also es sieht auch wirklich furchtbar aus. Aber ich kann es bestätigen, es spielt sich gut. Wie kann man es am ehesten vergleichen? Es hat so Istanbul-Elemente. Das ist vergleichbar. Das sagt jeder, oder? Es geht Yokohama ohne Istanbul. Wie das schafft es gut. Ja. Es wird irgendwie immer erwähnt. Ja, es ist irgendwie sehr ähnlich. Also ich bewege dann so einen Präsidenten über die verschiedenen Felder, die eben auch zufällig ausgelegt werden, wie man es auch bei Istanbul machen kann. Ich kann damit, eigentlich ist es relativ standardmäßig, wenn ich die Sachen beschreibe. Also ich kann Aufträge erfüllen damit. Ich kann mir Erfindungen kaufen. Ich kann von meinem Feld, was ich habe, so nach und nach Häuser runternehmen und kann die dann eben bauen. Es gibt Rohstoffe, drei verschiedene, plus Geld. Es gibt Rohstoffe. Also soweit alles klassisch. Das Besondere, was ich halt finde, ist dieses, dass ich im Vorfeld auslegen muss, wo ich gerne hingehen will. Also ich kann entweder zwei Steine auf einen Ort legen oder drei Steine auf drei Orte. Das sind dann so Assistenten. Und nur dort kann ich nachher auch hingehen und wenn ich dort nicht hingebe, bleibt dort liegen für spätere Runden, dass ich da mal ziehen kann. Und falls eben Orte dazwischen liegen und die nicht verbunden sind, dann kann ich zu dem Ort gar nicht hinspringen. Also muss ich immer schon ein bisschen überlegen, was ich will und wo ich hingehen kann. Und ich glaube, das ist der eigentliche Kniff. Du willst halt immer viele Assistenten in deinem Ort haben, weil je mehr da liegen, umso stärker es die Aktionen, die du machen kannst. Du musst dich immer entscheiden, verteile ich jetzt drei auf drei Orte oder zwei auf einen Ort, was cool ist. Aber dafür schwächt man sich nach für die anderen Aktionen so ein bisschen. Ich finde es einfach auch super cool. Ja genau, das ist eben das Schöne, dass man da so ein bisschen planen muss. Und ich plane halt dann darauf, wie ziehe ich die Figur, was möchte ich als nächstes haben. Nimmst du den anderen wieder vielleicht doch wieder weg, wenn er dort hinsetzt oder so. Und ja, das andere ist dieses Aufbauen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Dieses, dass ich am Anfang irgendwie nichts habe, nichts kann. Du brauchst dich auch während du spielst die ganze Zeit auf. Nimm mal auf und dann auch wieder ab. Du musst quasi nicht immer bei Null anfangen, aber man kriegt auch mal was dafür. Aber dieses Auf-dem-Feld-Aufbauen schon, also ich finde es auch echt cool. Vor allem, wir haben gestern auch, es steht 90 Minuten drauf, zwei bis vier Spieler. Wenn man die Erklärung weglässt, ich glaube, wir haben eine Stunde oder so gebraucht. Das war auch wieder trotzdem sehr zügig. Und die Erklärung war jetzt auch wirklich nicht schwer. Also das Spiel sieht einfach furchtbar aus. Also ich habe das gesehen und habe gesagt, nein, das will ich nicht spielen. Habe ich auch gesagt. Ich habe das ja bei Marseille gespielt vor einem Jahr, fast dreiviertel Jahr. Und ich habe gesagt, Marseille, ich spiele das nur mit dir, weil ich dich sehr, sehr mag. Und wenn du sagst, wir spielen was, ich spiele gerne alles mit dir. Aber sei nicht beleidigt, wenn ich es nicht so geil finde. Und ich fand es damals schon echt gut. Und jetzt, ich habe es ja jetzt in den letzten drei Wochen drei, vier Mal gespielt. Ich finde es einfach echt ein Knaller. Also wenn ihr halt coole, gut gemacht Eurogames mögen. Und ich habe es ja damals auch in meinem ersten Video gemacht, wo ich es gesagt habe, wo ich es eine Übersicht dazu gemacht habe. Ist gut, aber absolut klassisch, spielt nichts Neues. Und das stimmt. Aber das auf einem so krass hohen Niveau, dass einfach alles, was ähnlich ist, also Istanbul braucht man halt nicht mehr, wenn man das hat. Auch wenn das hier viel komplexer aussieht. Aber es spielt sich trotzdem sehr flüssig, sehr angenehm. Man kann auch während des Spiels irgendwie ständig versuchen, nochmal seine Strategie zu wechseln. Man sieht, ah, jetzt will ich das machen, das machen, das machen. Gefühlt finde ich bisher noch, man macht Aufträge und nebenbei irgendwie so den Rest. Man holt sich ab und zu mal eine Technologie. Eine Technologie-Sieg-Strategie habe ich noch nicht gesehen. Wenn ihr sowas wisst, schon mal gemacht habt, seht, dass es auch anders geht. Gebt mir da gerne mal einen Kommentar. Aber coole Spiel. Ich kann es so empfehlen. Stefan, auch. Ich fand es auch gut. Dann wieder eins, meine Babys, Secret Agent von Escape Room. Oh, das müssen wir da, dass er sehen kann. Ich hoffe, ihr habt das nicht live gesehen, wie wir das gespielt haben. Oh ja, also wir haben uns bei einem Rätsel ziemlich aufgehangen. Also eigentlich bei zwei, aber bei einem ganz besonders. Bei einem ganz besonders. Das andere kann man verschmerzen. Haben wir das auch rausbekommen. Ja, ja. Ja, worum geht das Ganze? Also man sieht ja schon, also thematisch finde ich die immer super eingeordnet. Also das erzählen Geschichte, das ist ja das, was auch Unlock ja ganz gut macht, wo Exit immer so ein bisschen schwächelt. Gerade bei Secret Agent ist es natürlich klar, dass man irgendwelche Codes rauskriegen muss. Und dass man da, ich glaube, ich spoilere nicht viel, wenn wir jetzt einfach sagen, man ist so ein Agent, der eben erstmal wo einbrechen muss, dann dort etwas stehlen muss und dort wieder rauskommen muss. Das sind im Prinzip die drei Rätsel, die hier aufgebaut sind. Ja, bei Escape Room sind die Rätsel immer etwas tiefer als bei Exit. Also wenn da das einzelne Rätsel ist, ist es halt länger oder umfangreicher als diese einzelnen. Ja, aber die Qualität ist bei Exit dann doch nochmal eine andere. Ja, wahrscheinlich auch durch die Kur. Weil die, ich meine, es sind ja immer nur drei Rätsel drin im Prinzip. Manchmal hast du natürlich auch in einem Chapter quasi so ein paar Subunterrätsel. Ja. Aber meistens müssen die es halt hinkriegen, dass du mit diesen drei Rätsel eine Stunde lang beschäftigst. Und das ist eben auch oftmals dadurch gewährleistet, dass du so gar keinen Plan hast, dann tausend Dinge ausführst und das sind irgendwie mal hinbekommen. Ich finde das faszinierend, weil es gibt ja jetzt auch schon sieben, acht, neun, zehn Spiele davon. Und die schaffen diese Richtung immer gleich beizubehalten. Ja, richtig. Dass du auch immer dann eins und du weißt immer genau, du hast ein Rätsel dabei, du weißt nicht, ob es das erste oder das letzte ist, wo du Zeug hast und sitzt eine halbe Stunde und denkst erstmal, was wollen die von mir? Und denkst, du hast die Lösung und dann doch nicht und du grübelst und wir haben 62 Minuten gebraucht. Also ganz knapp nicht geschafft in der Zeit, aber dann halt doch gelöst. Und das finde ich echt faszinierend, wie wir das hinkriegen mit so komischen Rätseln, die irgendwie cool sind, wo man auch immer denkt, ja, aber es war auch so, wir haben auch hinterher da gesessen beim Rätsel, wo wir drüber gestolpert sind. Wir haben gesagt, okay, das war einfach unsere verdammte Schuld. Ja, ja, richtig. Auch bei beiden, weil das erste haben wir uns auch doof angestellt, da hatten wir einmal den falschen Denkansatz und dann sind wir da nicht wieder rausgekommen und hatten dann die entsprechende, wir haben es irgendwie hingekriegt mit, war noch mehr Zufall. Naja, nee, das war schon ein bewusster Zufall. Ja, war bewusster, also wir haben schon, aber dass es dann wirklich gepasst hat, das hätte auch nicht sein können. Ja. Ja, aber es ist für mich trotzdem, also das ist eine Empfehlung für die, die es eben kennen, die wissen genau, was sie kriegen. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Genau, das bekommt ihr auch wieder und das hat auch das gleiche Level, sticht aber nicht daraus unter den ganzen Erweiterungen, sondern es ist einfach ein weiterer Fall, der halt so ist. Ja, aber wer die Escape Room Spiele von Norris mag, kann sich heute oder dann gestern wahrscheinlich, wenn ihr das seht, noch, werden wir dann über den zweiten Fall reden, The Dentist, den haben wir auch noch da, sind wir auch sehr gespannt drauf. Jetzt sind wir ja gewappnet, dass wir nicht wieder Ox vom Berg stehen und werden das hoffentlich in 45 Minuten schaffen. Genau. Gucken wir mal. Das nächste Spiel haben wir nicht da. Genau, dann waren wir nämlich in der Spieleburg, haben da geguckt, was es da so Neues gibt. Kann man es da einblenden jetzt, genau hier? Ja, irgendwo hier so vor uns, oder so ganz klar, wir werden mal gucken, wo wir es einblenden. Oder das Gesicht. Ja, ich kannte es ja schon, Stefan kannte es noch nicht, wir haben es in der Spieleburg gespielt, erst zu zweit und dann haben wir Colin getroffen, der ja auch häufiger mal im Livestream dabei ist. Also wir reden über Funkelschatz, ich weiß, was hast du schon gesagt? Das ist Funkelschatz, ja. Ah, okay. Also Funkelschatz und ja, ich kenne es ja schon, erzähl du doch einfach mal. Ja, es ist ein Kinderspiel des Jahres geworden und deswegen hat es mich interessiert. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich will es zumindest mal spielen. So, worüber es geht, habe ich gewusst, aber es ist immer noch was anderes, wenn man es dann selber spielt und auch fühlt. Und das ist auch, also mich hat es angesprochen. Also mir war es so, ich hatte meinen Spaß dabei und ich mag vor allem das, also für die, die es nicht kennen, da sind diese acht Ringe, die übereinander liegen und da drin werden Diamanten gefüllt. Und dann muss man immer einen von diesen Ringen wegnehmen und dann fallen die Diamanten raus. Und dann kriegt jeder im Vorfeld, muss ich eine Farbe aussuchen von den Diamanten. Und das geht halt drei um, deswegen sucht sich der, der vorne dran ist natürlich das, aus dem ehesten denkt, wie viele runterfallen werden. So kann man es zusammenfassen eigentlich. Ja, so ein Guck- und Einschättspiel. Genau. Und ich mag es deswegen, weil das auch sowas ist, das kann man gut mit Kindern spielen und muss sich nicht verstellen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, da müsste ich jetzt extra, ja, nehme ich halt irgendwas, dass es halt nicht so ist. Ne, ich kann da ganz normal mitspielen. Richtig. Also das finde ich immer ganz gut. Weil wir gucken, welche Farbe da jetzt gerade oben ganz oft liegt. So rot, sie sehen halt auch, weiß ich nicht, wann das ist, sechsjährige oder so. Ja. Und die kriegen das dann auch raus, das vorsichtig wegzunehmen, glaube ich. Genau. Und ein bisschen natürlich kann man schon mit Geschick auch was noch ändern oder steuern, wenn man das so runternimmt, diese Ringe. Aber, ja, also es ist ein Kinderspiel, zu Recht ein Kinderspiel, was man gerne mitspielen kann. Und ich denke auch, dass es, also ein Kinderspiel des Jahres auch gut ist. Ja, kann man gut verschenken als Oma, Opa, Onkel, was auch immer. Ja, fand ich gut. Also ein guter Gewinner, aber ich fand eigentlich alle Spiele ganz gut. Also Emochito war gut und was war noch eine Miniatur? Panic Mansion. Panic Mansion, das war auch, fand ich auch, ich fand die eigentlich alle drei. Ja, cool. Panic Mansion war so ein bisschen das Besonderste von den Ganzen. Das Funke Schwarz fühlt sich halt, ist ein ganz anderes Spiel als Diego Drache, aber es geht so alles so in diese ganz klassische, ist auch ja sehr klein, überschaubar, ist jetzt nichts Spektakuläres, das einfach ein schönes kleines Kinderspiel. Ja, und Emochito, wenn man es so ausspricht, ist halt das, wo man das Gesicht so schön verziehen kann und so, dass man auch mit Erwachsenen gut spielen kann, wenn die Runde stimmt und vielleicht schon Alkohol geflossen ist. Ja, geht auch da wunderbar. Gut, gehen wir zum nächsten über. Da haben wir ein Spiel aus der Spieleburg mitgebracht. Ja, und zwar habe ich mir das gewünscht. Wollte Stefan spielen? Ja. Sherlock, Sherlock, Sherlock heißt das, habe ich vor drei Jahren Stahle schon mal gespielt. Ist ganz schnell erklärt. Ich meine, im Prinzip konnte man es einfach zeigen, wie das funktioniert und dann weiß man auch, was Sache ist. Es gibt einfach zwei Karten. Die schaut man sich an und dann sagt man, wie viele Unterschiede entdeckt ihr. Und dann schaut man sich das an und zählt die Unterschiede und zählt und zählt und zählt. Es greift sich dann ein von diesen Markern hier, der zeigt, wie viele man hat. Und wenn ihr jetzt vier gesagt hättet, wenn ihr die recht gehabt habt, weil hinten sind die Unterschiede dann markiert. Das sind also vier Unterschiede. Das ist es im Prinzip schon. Man schnappt sich dann eine von diesen Zahlen und wer die richtige Zahl hat, bekommt Punkte. Das ist ein Guckspiel. So, das ist ein Guckspiel, genau. Man guckt auch immer ähnlich schnell. Also wir beide zumindest. Steffen hat eigentlich immer vor mir gegriffen, aber ich war eigentlich auch dann gerade so weit, er hat halt gegriffen. Und ich habe einfach... Ja, aber du hast trotzdem gewonnen, weil du eins mehr nimmst. Laktisch immer eins mehr genommen als Steffen, weil Steffen war ein bisschen zu hektisch, deswegen war immer so schnell. Ja. Einen Teil übersehen hast du es immer gekriegt. Also ich glaube, wir hatten ein paar Treffer, aber wir haben häufiger beide nicht getroffen. Dass es dann doch noch irgendwie ein oder zwei mehr waren oder weniger. Ja, das ist so, finde ich, nicht nur so ein Guckspiel, wie du sagst, sondern auch so für mich ein Einmalspiel. Ja. Das spielt man einmal, hat seinen Spaß und dann sagt man auch ja. Ja, das kann gut in der Ludothek oder im Spielecafé rumstehen, weil das kann man ohne Erklärung spielen. Aber ich wüsste nicht, also ich habe es jetzt nochmal für Steffen spielen wollte, ich würde es dann immer mitspielen, weil es ist halt nett oder so. Ja. Aber ich wüsste halt auch nie, warum soll ich das rausgucken? Ja, das ist es genau. Also das ist halt für eine ganz spezielle Gruppe dann eigentlich. Aber es ist halt so, es gibt ja viele Spiele, wo du denkst, das Konzept ist irgendwie cool, kann man ein Spiel draus machen, weil auch wenn es das noch nicht gibt oder so, auch nochmal mit einem Kniff. Aber wenn man es so spielt, dann ist man auch so, ja, habe ich jetzt einmal gespielt, habe ich gesehen, danke. Genau. Ja. Bitte. Dann das nächste. Oh ja, mein Liebling. Ja, wir haben nur Kinderspiele gespielt. Woodlands ist gar nicht ein Kinderspiel, ne? Nein, ist kein Kinderspiel. 10 bis 99. Aber es wirkt schon sehr, also die Aufmachung ist sehr kindermäßig. Ja, ist märchenmäßig und so. Aber ich habe das, es steht ja auch schon ein bisschen länger rum in der Spieleburg. Ich habe mir das jetzt irgendwie, hat mich jetzt, ich weiß nicht aus welchen Gründen, nicht so angesprochen bisher. Und... Ja, ich habe es in der Messe auch völlig ignoriert. Also ich bin in einem Ravensburger vorbeigegangen und habe das gesehen und habe mir gedacht, Schulterzucken, ja, gut, was ist das? Und Stefan kann es schon nicht mehr hören. Es ist aber quasi Looney Quest, das Legospiel. Ja, eigentlich schon, halt ohne Stift. Ja, ihr kennt ja Looney Quest, da muss man auch so ein Level, der liegt in der Mitte und da muss ich halt aufmalen, wie ich durch diesen Level durchkomme. Von A nach B, den Wachen ausweichen, nicht im Stein lande und dann wird das hinterher drüber gelegt. Und dann gucke ich, was ich getroffen habe, was nicht, ob ich Punkte bekomme. Und Looney Quest ist, oder Woodlands ist im Prinzip genauso. Da kriegen wir auch eine Aufgabenbeschreibung, so führt irgendwie Rotkäppchen zur Großmutter, geht aber nicht beim Wolf vorbei und führt den Jäger zum Wolf. Und sammelt zwischendurch noch Edelsteine und Pilze ein. Dann hat man auch so eine, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht, aber so eine durchsichtige Auflage quasi, die dann auch in der Mitte liegt, wie über Looney Quest. Alle sehen, wo man so potenziell hinmuss. Dann hat man halt so Legeteile, so Plättchen, die man einfach rauslegt, so ein 3x3 Raster, wie so Memory-Teile im Prinzip, wo halt so Landschaften drauf sind, so immer Weg und Wald. Und dann muss ich einfach da puzzeln, sodass die Leute, die Wege wirklich so sind, dass eben Rotkäppchen nicht zum Wolf geht, sondern zur Großmutter. Dass ich das Lagerfeuer nicht im Wald habe, weil sonst der Wald abrennt, nicht auf die Minuspunkte bekomme. Und das machen wir einfach beide um die Wette mit dem eigenen Satz. Sobald der erste fällig ist, drückt er auf die Uhr, dann hat der andere noch 45 Sekunden Zeit, das auch zu machen. Und ja, dann wird halt das Ding draufklicken, guck mal, hat mal Pluspunkte, hat mal Minuspunkte. Ist auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad sehr einfach. Auf dem komplexen Schwierigkeitsgrad muss man schon puzzeln, gucken, umlegen. Und da kann es noch wirklich sein, also Stefan hatte gerade in den ersten beiden Runden sehr viel Stress, als ich dann auf den Start gedrückt habe. Weil dann, ja, man legt irgendwie hin und wenn man dann am Ende merkt, oh verdammt, das geht nicht und muss nochmal komplett neu anfangen, dann ist es ein bisschen doof. Ja, dann ist es ein bisschen Schwierig. Ja, ich finde vor allem schön, dass man so eine thematische Einbindung hat. Also man hat ja Robin Hood, Rotkäppchen, die Arthussage und Dracula. Das ist ein Kabel auf die Wege gespielt. Das sind so die verschiedenen thematischen Einbindungen. Man liest wirklich einen Text am Anfang vor. Also Rotkäppchen geht in den Wald und sie möchte zur Großmutter aber noch Pilze dazu einsammeln, aber auf keinen Fall den bösen Wolf sehen. Oder irgendwie sowas. Das finde ich immer ganz nett, diese Einbindung, dass man dann die Punktezahlen dann hat, die man da kriegen kann. Es ist natürlich so, dass diese Folien, das sind so dann mehrere Kapitel, die man durchspielt, sich halt wiederholen. Also im Prinzip, wenn du das einmal gespielt hast, das erste Kapitel, dann die Folie wird das nächste Mal wieder gleich sein. Ja. Und ich sehe das schon ein bisschen problematisch. Wie bei Looney, ich weiß ja im Prinzip auch. Wäre es auch so richtig. Über die gleichen Challenges. Ja, das ist da eben auch. Ich habe trotzdem viel Spaß damit, gerade dann im höheren Schwierigkeitsgrad. Also da bleibt es mich schon anstrengend, weil man will natürlich jeden Boni abgreifen, der drauf ist. Da sind so Diamanten drauf, da will man jeden bekommen und dann muss man glaube ich genau die Karten dorthin legen, wo sie angedacht sind. Und das ist halt das Anspruchsvolle, das Schwierigere dran. Oder man verzichtet halt und sagt, ich bin dafür schneller fertig. Ja, es gibt ja so Schatzkarten da drin, die man finden kann, wo teilweise auch Sachen beißen, wo man es dem Mitspieler ein bisschen schwieriger machen kann. Das wäre halt noch eine ganz gute Idee gewesen, das Deck als Variante reinzubringen, dass man immer so einen Deckkarten hat, das man nebenbei aufdeckt, wo noch irgendeine Bedingung draufsteht. Puzzle mit der linken Hand oder dreht eure Sets auf die schwierige Seite oder tauscht irgendwie drei Teile untereinander aus, dass man da einfach so für den Durchgang so ein bisschen andere Schwierigkeitsgrad hat. Dann kann man es nämlich auch mit dem gleichen Zettel ein bisschen anders spielen, weil dann hat man immer eine andere Herausforderung. Und es ist nicht immer genau das Gleiche. Man kennt zwar generell das Layout, aber man muss sich schon allein mit anderen Voraussetzungen auseinandersetzen. Das wäre einfach, das ein bisschen noch interessanter zu gestalten. Aber es ist halt eben auch wirklich ein Familienspiel. Aber selbst bei Familienspielen kann man sowas ja machen, dass es auch darauf interessant bleibt, wenn man das einmal durchspielt und sagt, okay, jetzt kennen wir es. Also es war auf der Empfehlungsliste vom Spiel des Jahres gelandet und ich bin mir ziemlich sicher, dass es davon auch dann Erweiterungen geben wird. Weil das bietet sich ja gerade so an, dass man andere Geschichten da noch mit reinbringt und das ein bisschen noch ausschmückt und ausbaut. Also das, ja. Eine Sache noch, ich kann nicht verstehen, dass man bei der Grafik es als gut empfunden hat, eine komplett weiße Fläche als Auslege teilzunehmen. Ja, also dieses durchsichtige Ding, das legt man halt in die Mitte auf so ein weißes Blatt Papier im Prinzip, wo auf der Rückseite zwar ein bisschen Artwork drauf ist, aber das Ding selbst ist komplett weiß. Ja. Das ist gut, weil dann sieht man das alles und ist durch nichts verwirrt. Aber die, das Anleitung, die hat außen so einen grünen Rahmen, glaube ich, drum und dann so ein bisschen hell beige als Hintergrund. Hätte man das schon gemacht. Wenn man da einfach den Text weggelassen hätte, das einfach genommen hätte oder das auch in weiß mit dem Rahmen drum. Irgendwie ein bisschen Artwork da drauf. So packt man das halt aus und denkt sich, jetzt habe ich hier so eine weiße Seite liegen und in so einem Spiel, wo eine tolle Grafik eigentlich bei ist. Ich muss es zeigen. Ja, das ist sozusagen das. Ja, das legt man einfach hin und dann kommt da die Folie drauf. Das ist echt verschenkt. Ja, aber gut. Das ist ja nur ein kleiner. Ja, kleiner Kritikpunkt, aber das fällt einem auf, man hat das da liegen und denkt so, äh. Aber ich habe, also anfangs fand ich es so, äh. Und am Ende habe ich gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Ist, glaube ich, für Familien cool, für Kinder cool, auch für, also wir hatten da jetzt auch Spaß dran. Und wie gesagt, mit so ein paar, also es gibt, und die App ist toll. Die App ist gut, da kann man so die Punkte gleich eintragen. Und die, ähm, bei den Schatzkarten sind halt so ein paar Challenges bei. Die kann man einfach, glaube ich, auch, wenn man das ein bisschen pimpen will, einfach raussuchen und dann immer jede Runde eine nehmen, die dann irgendwie für alle gilt oder so. Wenn man das so will. So. Heaven and Ale. Ja, Heaven and Ale hatte ich jetzt zum zweiten Mal gespielt und das letzte Mal ist ein halbes Jahr, glaube ich, her. Ungefähr. Ja, vor allem ist es sogar. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ja, ich kenne die Spielnominierung, jetzt muss ich es auch nochmal spielen und nochmal einordnen. Aber im Prinzip wurde mein Eindruck, den ich damals hatte, auch wieder bestätigt. Also es ist ein, ähm, wie soll man sagen, ein... Sehr hübsches. Ja, also ich finde es gar nicht so schlimm. Ich auch. Ich finde eigentlich okay, den Stil. Es ist ein, ähm, Zwängespiel für mich. Also ich, ich habe die ganze Zeit, bin ich zwängend ausgesetzt und immer habe ich das Gefühl, ach, klappt nicht. Ach, klappt nicht. Also wenn du fühlst, ich habe immer die... Also Stefan hatte das Gefühl. Ja. Die beste Partie ever. Ja, aber deine wievielte Partie ist das gewesen? Fünfte, sechste. Ach ey, okay, na fünf, sechs ist man schon so weit. Ja, also war auch, glaube ich, Zufall, aber er zählt weiter. Ja, ich war am Ende ganz zufrieden, weil ich habe dann doch 20 Punkte gehabt und ich habe schon einen Spieler gesehen, die hatten null in der ersten Partie. Ja, was auch schnell passieren kann. Also das ist schon, es ist ein knüppelhartes Spiel. Und es ist aber schon so, dass man, also es motiviert. Es motiviert halt nicht zu sagen, im Spiel währenddessen, weil man eigentlich immer nur so Rückschläge bekommt, aber danach motiviert man, wenn man sich denkt, okay, ja, beim nächsten Mal mache ich es aber besser. Also ich kann die Plättchen besser hinlegen und ich weiß jetzt, wo es drauf ankommt und ich weiß, welcher Rohstoff mir am Ende gefehlt hat. Und deswegen, ja, man lernt halt daraus. Also es hat eine schöne Lernkurve. Aber weil es eben auch in der Kennerkategorie liegt, ich weiß nicht, wie viele Leute da drangehen und nach der ersten Partie dann sagen werden, also ich habe jetzt hier drei Punkte bekommen oder null Punkte oder sowas und dann eher sagen, also es soll ja eigentlich schon so sein, dass unsere Spiele so ein Aushängeschild sein sollen, dass man mehr spielt. Und ich weiß nicht, für Kenner, nicht für Neuling. Genau. Das ist ja kein Spiel des Jahres. Ist richtig, das stimmt. Wenn du ein Kennerspiel des Jahres hast. Das stimmt, ja. Aber es ist auch etwas, also das spiele ich gerne, also das spiele ich auch jederzeit gerne mit. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt mich so anspricht, dass ich sage, ja, da will ich mich verbessern, ich will mehr spielen und mehr spielen und mehr spielen. Ich kann nur sagen, es klappt. Ich bin ja auch jemand bei so Eurogames, die spiele ich, zeige die gerne, verkaufe die dann auch gerne, weil ich brauche die nicht, weil ich weiß genau 80% der Eurogames, die so rauskommen, egal wie cool die sind, die spiele ich. Dann spiele ich halt einfach nicht wieder und dann sind die halt auch schnell weg. Wie ihr seht, das ist noch hier. Ich finde es halt cool, ich zeige es immer wieder gerne Leuten, ich spiele es immer wieder gerne, aber auch ich denke mir halt jedes Mal, das geht besser. Und wie gesagt, die Partie gestern, ich hatte 60 Punkte und hatte zwischendurch mal 40 Geld oder so was, oder 45 Geld, wer das mal gespielt hat, weiß, wie viel 45 Geld sind. Ich dachte nicht, dass es möglich ist. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr das Spiel kennt und euch gerne Livestreams von uns nachträglich anguckt, guckt da mal rein in den Stream und sagt mir, ob ich irgendwo einen krassen Fehler gemacht habe, weil das, gefühlt nicht, es lief einfach optimal, das war auch so halb Zufall, halb gewollt, war halt für mich persönlich eine coole Partie und man spielt ja auch so ein bisschen immer relativ solitär. Also man nimmt sich zwar, man nimmt sich auf den Plan, zwar denkt man sich, ach wenn er jetzt irgendwie diesen Weizen nimmt, den ich haben will, da ist schon Interaktion da, aber so was ich für mich mache, ist halt, also dass ich jetzt ein geiles Spieler hatte, hat jetzt Stefan das Spiel nicht schlechter gemacht. Das hat so wirklich nur Einfluss aufeinander und das war halt eine wirklich coole Partie. Ja und ich habe dich auch völlig ignoriert, um ehrlich zu sein, ich war so mit mir beschäftigt, ich habe gar nicht viel auf dich geachtet. Ich habe aber auch nicht kurz geguckt, was du, ich habe eigentlich nur auf den Plan geguckt, was will ich da haben und das ist halt auch mal, gerade in der letzten Runde merkt man das immer. Vorher geht man immer so durch und am Ende merkt man so, oh verdammt, ich muss doch das, das, das nehmen und jetzt muss ich immer vor den Gegner kommen. Und das Spiel hat auch so, das merkt man auch in mehreren Partien, am Anfang denkt man immer, man will diesen Hofplan irgendwie effizient zubauen und da ganz viele Wertungen haben, aber irgendwann merkt man dann, okay, ich sollte auch vorzeitig auf diese ganzen Wertungen gehen am Rand, weil du hattest, glaube ich, fünf Wertungen am Ende. Ich hatte halt alle außer eine. Das hat mich natürlich punktemäßig auch nach vorne gebracht, oder dass man irgendwie versucht, wirklich den Mönch gezielt irgendwie nach vorne zu bekommen, oder dass man halt auch darauf geht, so früh wie möglich in jeder Runde schon diese Bonusteile abzugreifen, weil das macht man meistens, so diese extra, wo man nochmal vier extra Punkte bekommt quasi, in den bisherigen Partien ging das immer erst in der dritten von drei Runden los, jetzt habe ich schon versucht, in der zweiten Runde darauf zu gehen, da habe ich auch nur den Dreier insgesamt bekommen, ich hätte halt schon gerne versucht, vier zu bekommen, also das sind so kleine Kniffe im Spiel, die man erst lernt, wenn man das ein paar Mal häufiger gespielt hat und versucht, da gezielter darauf zu gehen, dann machen wir einfach noch mehr Punkte. Ich sage ja immer von den Kennerspielen, wenn ich diese Kennerspielkategorie definieren würde, dem Namen nach, das einzige Spiel, das wirklich Kennerniveau hat, weil die anderen sind erweiterte Familienspiele. Das sind halt Spiele, die schon ein bisschen mehr Anspruch haben, aber jetzt nicht so der Spiele-Kenner, zu denen ihr ja quasi wahrscheinlich auch gehört, wenn ihr diesen Kanal guckt, wo ihr sagt, so, boah, das ist genau das, was wir uns so als fortgeschrittenes Spiel vorstellen. Da fällt Heaven and Eight auf jeden Fall voll rein, ich finde es super cool gemacht und werde es auch, glaube ich, noch behalten. Ich denke, ich werde wahrscheinlich das irgendwie nächstes Jahr dann auch mal wieder... Aber willst du nochmal spielen nach dem Ergebnis jetzt? Ja, ich kann mich eigentlich nur noch verstecken, aber eigentlich ist jetzt der verweckte Zeitpunkt, zu sagen, Marcel, Glückwunsch... Ja, da stehen schon ein paar mehr Leute Schlange, aber war auf jeden Fall, also ich, ja, ich finde es cool. Gut, wir haben nochmal Muse gespielt, also jetzt zum zweiten Mal, weil ich wollte es gerne nochmal in einer größeren Besetzung spielen, also wir waren dann zu viert, als wir es gespielt haben. Vier bis fünf irgendwann. Wie es ja eigentlich auch angedacht ist, dass man in einer Gruppe richtig spielt. Also Konzentration gestern war ja nicht optimal. Genau, wir haben zu dritt gespielt, haben irgendwie so eine Dummy-Regel gehabt oder so, jetzt ganz regulär. Ja, mir gefällt es sehr gut. Also dieses Element, dass ich etwas aussuche für die andere Gruppe und die aber nicht wissen, was die anderen fünf Karten sind, die ich hatte. Das ist das Interessante eigentlich. Zum Beispiel sag ich, hast du gesagt Angela Merkel? Und ich habe dann die Karte bekommen und habe mir nur gedacht, okay, ich sehe, worauf er hinaus will. Also worauf er mich eigentlich... Nee, wie war das nochmal? Du hast gesagt, ich muss eine... Nee, ich habe dir gesagt... Nee, du hast mir die Karte gegeben. Richtig. Wo halt so ein Drache mit so einem Engel und so einem Schwert drauf war. Genau. Und dann musste ich irgendwie eine persönliche, nicht-fiktionale Figur dazu nennen. Ich konnte das jetzt nicht Siegfried Drachentöter sagen oder so, sondern musste irgendjemanden nehmen, den es gibt. Und ich habe halt gesehen, da gibt es so eine Frau, die aussieht wie ein Engel drauf. Also habe ich dann überlegt, Angela Merkel. Und ich habe ihm das halt gegeben, weil ich hatte noch eine Karte dazu, wo ein König drauf war. Und ich hatte eine Karte dazu, wo so ein Steingohlem drauf war. Und dann habe ich gesagt, wenn du auf Fantasy gehst oder sowas, weil da ja so eine Drache drauf war, dann könntest du ihn mit dem Steingohlem verwechseln. Und wenn du irgendwie wegen dieser Prinzessin auf diese Richtung gehst, könntest du es mit dem König da verwechseln. Und dann sagst du da Angela Merkel. Und dann haben wir schon gedacht... Ach, okay, das wird wahrscheinlich schwierig. Also nicht so, wie ich es halt gehofft hätte. Und ja, das ist das voll an das Spiel. Und ich fand es super gut, weil ich dachte, da kommt sie. Und dann saß meine Mitspielerin halt da und dachte so, sie ist dann irgendwie nur auf die Person an sich eingegangen. Und ich hatte extra den Namen hart betont. Und eigentlich darf man dann auch, man sagt das halt einmal. Und man darf das nicht weiter kommentieren als Muse. Man darf das eigentlich, also ich würde sagen, nochmal wiederholen, das eigentlich geht durchaus. Aber auch wenn man eine Melodie summt oder so. Also eigentlich gibt man ein Tipp halt einmal. Und dann müssen die anderen Leute damit leben. Was doof ist, weil einmal habe ich auch eine Karte bekommen, wo so ein Skelett war, oder so eine Mumie war, die irgendwie sowas begraben hat. Wo so eine Leiche lag und da war im Hintergrund eine Fackel. Und dann dachte ich schon, die wollen irgendwie auf körperliche Anstrengung, auf Tod gehen oder sowas. Und dann mache ich jetzt nicht so, sondern mache ein Geräusch, so die Fackel im Hintergrund. Dann habe ich ein wunderschönes Geräusch gemacht, wie eine Fackel klingt. Das hat leider überhaupt nicht nur eine Fackel geklungen. Da hat sich überlegt, was war das? Man sitzt da halt und ich dachte mir schon so, okay, in meinem Kopf weiß ich, wie es klingen soll. Aber wenn ich dieses Geräusch jetzt gar nicht mache, dann wird das nicht so klingen. Und ich kann es nur einmal machen, weil ich kann es doch nicht vorher üben. Denn weiß meine Mitspielerin ja schon, in welche Richtung ich gehen will. Und ich kann das auch nicht wiederholen, dann besser oder anders machen. Hat dann auch nicht geklappt. War einer der wenigen Punkte, den wir nicht geholt haben. Aber es ist trotzdem eine coole Idee. Ja, ist es nicht toll auch, dass man eben sowas hat, wie mit Geräusche nachmachen? Oder was hatten wir noch? Melodie summt. Mit den Händen, mit den Fingern irgendwie ein Symbol machen. Gesichtsausdruck soll ich stärker machen. Ist halt Gesichtsausdruck machen. Ja, also ich finde es super. Ich hoffe, dass das übersetzt wird. Das muss eine deutsche Version. Du brauchst nur die Karten einmal übersetzen auf Deutsch drucken. Das können die Blogger jetzt noch zu essen realisieren. Ich werde mich mal umhören, ob es da Pläne gibt. Also das fand ich toll. Dann als nächstes haben wir Redlands gespielt. Das haben wir nicht hier. Deswegen blenden wir das wahrscheinlich hier wieder ein. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das kommt in den nächsten Tagen online. Ja, worum geht es? Also jeder von uns ist ein Rattenclan. Und der hat ein Board vor sich. Das sind drei verschiedene Öffnungen, wo ich die Ratten eben hinstellen kann. Jeder hat am Anfang acht Ratten. So Tunnelsysteme. Genau, das sind drei Tunnelsysteme. Und da setze ich die drauf. Und dann können so drei verschiedene Orte gehen, wo eben Käse gefunden werden kann. Oder ich kann mich vermehren auf einem Feld. Oder ich kann verteidigen. Oder meine Nachbar links und rechts angreifen. Also so viele Felder hat man eigentlich zur Auswahl. Da platziert man im Geheimen seine Ratten. Und dann decken alle auf. Und dann vergleicht man. Also nehmen wir an, ich hätte dich jetzt mit drei Ratten angegriffen. Und du jetzt zwei Ratten zur Verteidigung. Und dürfte ich mir von dir einen Käse nehmen. Wenn du gebunkert hast. Oder ich habe zwei auf die Vermehrung gestellt. Dann würde ich zwei Ratten dazu bekommen. So einfach ist das eigentlich. Wenn ich drei Ratten auf die Tunnelsysteme gestellt habe. Dann darf ich eben dreimal aus diesem Säckchen ziehen. Der eben präpariert wird im Vorfeld mit den Käse teilen. Ja, im Großen und Ganzen ist es das. Genau. Und das Ziel ist, ich habe es glaube ich auch schon gesagt. Wir hatten einfach nur Ratten. Das heißt eigentlich könnte ich alle meine Ratten immer auf das Vermehrungsfeld stellen. Da habe ich ja ganz viele Ratten. Aber ich brauche Käse. Also muss ich in die Tunnelsysteme gehen Käse suchen. Habe ich dann aber ganz viel Käse. Vielleicht mehr Käse als ich brauche. Dann wollen meine Nachbarn meinen Käse. Muss ich ja verteidigen. Und so kommen halt so diese ganzen strategischen Elemente rein. Einesfalls ein bisschen so gambeln. Strategisch. Was machen die anderen? Ein bisschen kuschelackt. Was ziehe ich aus dem Beute raus? Und ich würde sagen, es ist so ein Spiel. Wir hatten Spaß auf jeden Fall. Also wir haben danach, wo wir noch drüber reden, ein anderes Draft-Spiel gespielt. Das war so interessant. Aber es war sehr ruhig. Jeder hat so Karten für sich hingedraftet. Ausgelegt sich ein bisschen Gedanken gemacht. Das war halt sehr leblos. Und das Redland war einfach witzig. Wenn da jemand was aus dem Beute gezogen hat. Wo er dann wusste, okay, jetzt verrecken wir drei Ratten. Und wenn Sophie da vier Käse liegen hat. Und denkt, oh Gott, die kommen jetzt und holen meinen Käse. Und von ihren zehn Ratten acht auf Verteidigung stellt. Und Marcel hat nicht immer zu sagen, ist uns doch egal. Wir setzen keinen auf Angriff. Und Sophie denkt, oh Gott, jetzt habe ich da alles verteidigt. Ich habe keinen neuen Käse. Das war einfach lustig. Also es ist einfach ein lustiges, kurzweiliges Spiel. Wo ich halt immer noch nicht sehe, warum ich das jetzt häufiger spielen soll. Aber wenn jetzt irgendjemand sagt, hier, ich habe Redlands da. Würde ich gerne spielen. Dann würde ich immer sagen, ja klar, spiele ich mit. Ich brauche das jetzt nicht zwingend selbst. Es ist auch so gefühlt, hat man das einmal gespielt. Und dann auch schon alles gesehen. Es gibt dann auch Varianten, wo die Ratten dann auch noch interaktiver. Wo beim Verteidigen und Kämpfen, die wirklich auch Ratten verlieren. Wo man am Ende auch deutlich weniger Punkte hat. Wobei wir jetzt auch nur 18 Punkte. Das war gefühlt nicht so viel. Ja, also es war cool. Wir haben auch das gestreamt. Da gab es eben auch das Feedback, dass es auch ein Zuschauer hatte. Der meinte, hier, mit Kids ist das voll toll. Die finden allein das Verführen des Beutels immer voll toll. Und da dann rausziehen. Also mit Kindern kommt das auf jeden Fall echt gut an. Da sind Ratten ja auch, es gab ja auch dieses Pirates oder so. Das war auch ein cooles Spiel, das auch in Familien ganz gut ankam. Und ja. Also für mich war es zu glücksabhängig. Also ich meine, man kann einfach alles richtig hinstellen. Und kann eigentlich sich was Gutes gedacht haben. Es kann sogar aufgehen. Und dann zieht man aus diesem Beutel. Und zieht halt viermal eine Niete raus. Und plötzlich sterben die ganzen Ratten. Und das ist halt super. Und ich meine, so viel hat am Ende zwei Ratten gehabt. Und es kann sich sagen, dass sie jetzt irgendwelche falsche Taktik oder so angewendet hatte. Das war halt einfach extremes Pech, was sie hatte. Ja, also ein Mix aus beiden. Wir haben auch einmal sie platt gemacht. Ich habe sie dann auch einmal angegriffen, Sachen weggenommen. Und ja, aber es ist Glücksspiel definitiv schon eine große Rolle. Aber das ist Beifahrung bei diesem Spiel. Also mir zu glückshaftig. Also es ist sowas, was ich mitspiele, aber niemals selber vorschlagen würde. Und er war mir der Glücksanteil so. War auf jeden Fall nett, das mal gespielt zu haben. Wie gesagt, haben wir ein Video gemacht, wie wir fünf da spielen. So mitten reingefilmt, ein bisschen erklärt nebenbei. Dann ist das vielleicht alles so ein bisschen verständlicher. Aber wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam. Aber kein Spiel, das ich persönlich brauche. Ja, unterhaltsam, ja. Das man aber für Familien durchaus empfehlen kann. Gerade so Kids haben da glaube ich wirklich Spaß dran. Ja. Dann das nächste, hier wieder. Marcel war halt da und er hatte wieder seinen großen Cajon-Rucksack voller Spiele dabei. Fields of Green war das. Kannte ich vorher, das war auf der Spiele-Schmiede, glaube ich, ein Kickstarter. War das jetzt verbunden mit Among the Stars? Also es ist quasi Among the Stars 2.0. Aber ist es Subtext eigentlich cooler? Ist es das Gleiche auch wirklich angedacht, dass es eine Nachfolge ist vom gleichen Autoren auch? Ich glaube ja. Ach so, okay, gut. Also Fields of Green, wir haben einen Bauernhof, den wir aufbauen müssen. Und es ist ein Draft-Spiel. Also wir haben Karten am Anfang, suchen uns da irgendwas aus. Also entweder ein Acker oder ein Haus oder eine Anlage und so weiter. Ein Silo. Genau. Und da steht halt jeweils drauf, was es für Funktionen hat. Und dann muss man versuchen, die passend zu kombinieren. Also man legt die dann aus und baut die so ein bisschen aus. Die Positionierung ist. Und zwar so ähnlich wie bei dem Kartenspiel-Siedler. Daran hat es mich erinnert. Weil man da ja auch so die Karten so nebeneinander legt und dann so weit nach und nach ausbaut. Und dann steht so was drauf wie, ja, das muss jetzt vom Wasserturm 2 entfernt sein in das Ackerfeld, sonst kann es nicht bewässert werden. Genau. Oder für jeden angrenzenden Acker kriegst du Geld oder sowas. Und ja, ich habe dann mich auf so Kühe spezialisiert und habe mehr Milch gehabt. Und habe dann auch versucht, so ein Gebäude dazu zu bekommen. Es war halt sehr still. Es war sehr ruhig. Es war sehr ruhig. Ja. Man hat halt so vor sich hin. Das ist halt ein Draft-Spiel mit viel überlegen. Ja. Wo es jetzt ein Engine aufbaut, ist halt ein ruhiges Spiel. Aber trotzdem, man kennt das ja. Also gerade auch wenn man streamt, merkt man das halt. Wir sitzen da alle, draften Karten, reden dabei nicht viel, weil wir uns Gedanken machen. Das ist halt beim Zugucken nicht so spannend. Und wenn das jetzt ein Externer gucken würde, der, also ich hatte auch mal eine Kinokollegin, die meinte auch, sie hat mal bei uns einen Stream reingeguckt. Das war super langweilig. Und das wäre dann, glaube ich, das gleiche gewesen, weil man spielt das halt. Und es passiert nicht viel für den Außenstehen. Das ist jetzt halt keine Rhino-Hero-Super-Battle, wo man denkt, oh, das will ich auch spielen. Aber während man das spielt, hat man halt die ganze Zeit interessante Überlegungen. Und das ist schon, war gut. Das ist halt nur ein Draft-Spiel, wo es halt, man muss wissen, was so kommen kann. Man muss die Sachen positionieren. Man muss ein bisschen wissen, woher kann die Aufbau, also der Engine-Aufbau gehen. Und man muss halt die Karten kennen. Das ist wie bei jedem guten, richtig guten Draft-Spiel so. Bei Terraform war es ja auch so. Man spielt das und da kann man auch schon coole Sachen machen. Und das macht Spaß. Aber wenn ich die Karten kenne und weiß, was noch so potenziell kommen kann, selbst wenn es natürlich glücksabhängig ist, was ich bekomme, ich kann trotzdem so ein bisschen planen und vorausschauen und einfach gucken. Und auch gerade bei drei Spielern kriegt man halt auch seine Karten nochmal wieder und weiß ein bisschen, was im Umlauf ist. Und das ist halt bei Fields of Green auch so. Das ist also, glaube ich, ein gutes Draft-Spiel. Das ist halt das Bauernhof-Thema. Das ist so ein bisschen so, dass man sagt, ja, ist jetzt neutral, es tut keinem weh. Ja, aber vielleicht holt es sogar ein paar mehr ab als Science-Fiction. Das ist auch wieder abstrakter. Und hier war es jetzt so, dass ich zumindest vorstellen konnte, ja, okay. Man hat Wasser, man hat Futter, Silas, die man voll machen muss. Also es war, glaube ich, ein... Also ich glaube, das wird... Es ist jetzt auch relativ frisch erst auf den Markt gekommen. Und ich glaube, das wird viele Fans finden, weil es eben einfach ein gut gemachtes Draft-Spiel ist. Also Seven Wonders, und ihr Seven Wonders mochtet, das ist quasi, ne, Draft-ähnliche Mechanik, nur halt schon anschussvoller, deutlich komplexer, finde ich. Mit Aufbau. Mit noch diesem Aufbau-Element, dass man das ein bisschen platzieren muss. Und man wird da, glaube ich, signifikant besser, wie häufiger man das spielt, hat viel Tiefgang. Also ich glaube, es wird... Ich mag, also, ne, Terraforming Mars, ich mag ja Draft-Spiele eigentlich auch gerne. Ich habe auch mal versucht, eine Top-10-Draft-Spiele zu machen. Es ist dann zu einer Top-5-Draft-Spiele geworden, die ich auch noch nicht veröffentlicht habe. Weil es gibt gar nicht so viele gute Draft-Spiele, wo man sagen kann, die sind wirklich so würdig, dass sie in den Top-5 kommen. Ich mache ja nicht Top-10s und Top-5 und sage so, hier bei 10 ist Katz, sondern ich sage, die Spiele sind würdig, da reinzukommen. Und da auch gerne einen Kommentar schreiben, was so eure Top-5-Draft-Spiele sind als Inspiration für mich. Also es ist halt so, ich finde, für mich ist es halt einfach solide. Ja. Ich kann bei dem Spiel nicht groß was kritisieren, aber es ist auch nicht so, dass es für mich packend war. Richtig. Bei Terraforming Mars habe ich die Interaktion, weil ich halt doch auf diesem Planeten noch was lege und noch was mache. Und damit ein bisschen mehr... Und auch viel, wenn man umguckt. Genau. Wenn du ein Jupiter-Symboles sammelst, dann will ich nicht, dass du ein Jupiter-Symbol bekommst. Und das war halt hier nicht so, sondern ich habe halt für mich gebaut. Und was die anderen so machen, das war jetzt nicht so... Guckt man, glaube ich, auch mit mehr Spielerfahrung noch ein bisschen mehr drauf. Aber ich weiß nicht, ob es gefühlt ist da nicht diese Terraforming Mars-Taktion. Nee, natürlich. Also bei weitem nicht. Also wie gesagt, ein solides Spiel. Aber halt auch so ein Spiel, wo man sich auch... Also mit Terraforming Mars, ich vergötere ihn und bewundere ihn, wie er sich sowas krass gebalancedes mit so vielen verschiedenen Aspekten ausdenken kann. Und bei Fields of Green dachte ich auch, das ist ein cooles Spiel. Mit ein bisschen sich hinsetzen und irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr nur das machen. Das kriegt man halt auch selbst hin. Weil die Grundidee ist einfach. Also natürlich, man redet immer so leicht. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Wenn man es so wirklich macht, dann steckt da schon wirklich viel Arbeit in. Das ist auch wirklich Respekt ein Autor. Aber es ist halt so eine, sage ich mal, sehr simple Idee, die jetzt nicht so den neuen Kniff hat. Es ist einfach nur dieses Draft, also im Prinzip ja Among the Stars nochmal neu aufgelegt hat. Ja, ist halt wirklich gut, solide. Wenn ihr euch das kauft und damit Spaß habt, dann, oder wenn ihr euch schon denkt, das spricht euch an, so platzieren, Bauernhof, draften. Hat auch eine schöne Grafik. Hat eine schöne Grafik, ist also cool. Und ich, also wenn ich es, glaube ich, hätte und Leute in meiner Gruppe hätte, die sagen würden, finde ich total cool, kann ich mir vorstellen, dass das ein paar Partien sehen würde, und ich dann halt so nach zehn Partien sagen kann, okay, das ist ähnlich wie bei Terraforming Mars. Ich habe auch das Gefühl, nach 20, 30, 40 Partien noch was dazuzulernen, oder, okay, aber das weiß man halt nicht. Ja, weiß der muss, glaube ich nicht. Und so werde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen. Also ich werde es mir wahrscheinlich von Marcel nochmal ausleihen, euch ein Video dazu machen, dass ihr einfach das mal seht und wisst, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann fänge ich jetzt mit unserer Meinung. Und ja, ich würde sagen, die Zeit läuft. Zwei Minuten pro Spiel. Now Boarding haben wir als nächstes gespielt. Genau, diesmal richtig. Warum? Achso. Ich habe es ja auch schon, ich habe auch ein Video dazu gemacht, und im Video habe ich auch gesagt, es ist Brett Hart, wenn es nicht einmal gewonnen, man kriegt dann am Anfang jetzt einen extra Upgrade, und dann wird es auch ein bisschen leichter. Was ist es überhaupt? Müssen wir erstmal sagen, also es ist kooperativ. Das ist das eine Mal, was wir bisher nämlich noch gar nicht hatten, glaube ich, ein kooperatives Spiel in unserer Liste jetzt. Kooperativ und Echtzeit. Und Echtzeit, also zwei Sachen, die ich ja total gerne mag. Jeder von uns hat so ein eigenes Flugzeug und versucht dann Passagiere über eine Landkarte hin und her zu fliegen. Und wichtig, nicht so ein hektisches Echtzeitspiel. Nee, es ist wirklich nicht so hektisch, weil diese Echtzeitphase ist im Prinzip nur 30 Sekunden, und davor bespricht man sich ab, was man eigentlich machen möchte, und sagt dann, okay, ich nehme den Passagier von A nach B, und du nimmst ihn dafür dann bei B auf und fährst ihn nach C, weil da muss er eigentlich hin. Und dann sagt der Andrea, Moment, aber ich muss doch eigentlich da rüber gehen. Also man versucht eben Vorfälle so zu planen, und baut sich dann nach und nach auf. Also am Anfang kann man drei Felder gehen, und dann später konnte ich dann sieben Felder mich, glaube ich, bewegen. Und drei Passagiere aufnehmen. Layout fand ich ganz toll. Wie bei Tim Fowers häufig? Ja, das spricht mich einfach an, ich weiß auch nicht warum, aber das ist einfach schön. Fand ich ein gutes Spiel, aber kein sehr gutes Spiel. Also, ja. Ich würde es aber auf jeden Fall mal wieder mitspielen. Also ich habe es ja dreimal mit Corinna und Marcel gespielt, ich habe es ja jetzt dreimal mit Corinna und Marcel gespielt, und jetzt halt gestern haben wir es noch einmal zu viert auch gespielt, war es das erste Mal mit vier Spielern, es hat zu viert, war es gefühlt einfach zu dritt, aber wir haben es halt auch falsch gespielt. Ich finde auch, wenn man kann das so ein bisschen beschreiben, als Zug um Zug in Echtzeit, weil man auch so Strecken von A nach B bringen muss, Passagiere, das hat mit Zahnarzt eigentlich gar nichts zu tun, aber irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen von der... Neheres Spielgefühl ist schon richtig. Ja, es ist auf jeden Fall cool. Also wenn ihr Tim Fowers Spiele mögt, guckt euch das mal an, weil es ist echt gut gemacht, und ich finde halt gerade gut, dass diese Echtzeitphase, also wenn ihr halt Escape kennt, wo ihr die ganze Zeit nur am Würfeln seid und zehn Minuten lang Dauerstress habt und hier, wie heißt es, hier Space Clare's Dice Duel, da auch die ganze Zeit nur am Würfel, da bekommt manche Leute gar nichts vom Spiel mit, weil sie nur am Würfeln sind, auf ihre Würfel kommen und einfach sagen einfach, Feuer! Und dann kann man gucken, oh, wir sind gleich tot. Und das ist halt, geht erst ein bisschen Richtung Project Elite, wo man ja auch so zwei Minuten Aktion hat, und dann bespricht man wieder ganz viel. Hier hat man halt nur 30 Sekunden Aktion, dann bespricht man auch ganz viel, aber man bespricht halt auch die ganze Zeit viel. Bei Project Elite macht man halt auch so ein bisschen die ganze Zeit Verwaltung, der bewegt den, der bewegt den, hier kriegt der Schaden, hier wird deaktiviert, hier spawnen wir neue Leute und dann bespricht man kurz, was man macht. Also hier hat man wirklich viel Planung und man kann auch nicht alles durchplanen, weil es kommen jede Runde Passagiere dazu, die man erst aufdeckt, wenn die Sanduhr losgeht. Und dann muss man auch noch mal kurzfristig umdispielen und sagen, okay, warte, der will aber hier in die Richtung, wo ich eh gerade hinwollte, nehme ich den mit und dann muss man auch manchmal kurz umschwenken bei den Plänen, aber das bespricht man meistens auch schon vorher. Wenn der da, dann machen wir das doch ein bisschen anders. Jemanden, der sonst immer sagt, mit Echtzeit kann ich nichts anfangen, weil es zu hektisch ist und sowas. Ich glaube, da ist es eigentlich eine ganz gute Alternative. Also wenn ihr jetzt sagt, Echtzeit mag ich nicht, guckt euch das trotzdem an. Das ist eigentlich gerade in den ersten Runden. Besprecht ihr, sagt, ich fliege von da nach da, nehme den da mit, dann wird die Uhr umgedreht und ihr sagt, okay, zack, 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 ich lade den ein, zack, fertig. Und ich habe das gemacht, ja. Zum Ende wird das dann ein bisschen hektischer, aber auch nicht hektisch. Es wird einfach nur viel zu tun. Die Passagiere, wenn die länger an Flughäfen liegen, sind die auch irgendwann unzufrieden. Wenn die so vier Unzufriedenheitsmarker sammeln, weil die vier Runden lang nicht bewegt wurden, dann sind die auch mal weg. Wir schreiben Beschwerden, wenn das dreimal der Fall gewesen ist. Beim vierten Mal hat man verloren. Ja, man bespricht sich halt. Es hat so auch ein bisschen Pandemie, finde ich, schon fast Elemente, weil das ja auch so diese Weltkarte ist und dann sagt man ja, was machen wir jetzt am besten? Wie gehen wir gemeinsam vor? Also ich finde das ein richtig gutes Spiel. Schreibt euch das mal für die Messe auf, wenn ihr TMV-Spiele mögt, wenn ihr Korrekturige Stille mögt. Das wäre auch so ein typisches, wo ich sage, anspielen und dann entscheiden. Genau, das ist cool. Gut. Dann haben wir gespielt Mogul. Mogul. Sagt mir vielleicht nichts, aber hat mir auch nichts gesagt. Mir auch nicht. Und willst du was dazu sagen? Ja, es ist halt ein Spiel von Michael Schacht, ich glaube, es war schon ein bisschen älter, 2002 oder so hatten wir. Und es ist so ein bisschen so for sale, geschenkt, so ein Mix aus den beiden Spielen. So ganz klassisch, also Grundmechanik halt, ich habe irgendwie sechs so Geldchips auf der Hand, dann wird halt eine Karte aufgedeckt und ich muss halt entscheiden, will ich die haben oder nicht. Falls ja, lege ich halt so einfach meinen Geldchips, die ich verdeckte in der Hand habe, in so eine Holzschale und das machen halt drei um alle so lange, bis sie jetzt denken, okay, da liegt so viel Geld drin, ich will diese Karte nicht unbedingt, ich nehme jetzt das ganze Geld, bin aus der Aktion raus, dann sind halt alle anderen Spiele, die noch drin sind, werfen wieder ihren Geldchip da rein, dann sagt irgendwer wieder, ich passe, dann nimmt das Geld raus, man versucht immer einen guten Deal zu machen, man denkt, okay, ich lege noch einen rein, damit es noch vielleicht einmal rumgeht und ich ganz viel Geld bekomme, hat es zu dritt jetzt nie funktioniert, da war eigentlich immer klar, zwischen zwei und, eigentlich zwei und drei Geld war immer der Standard, vier gab es selten, fünf glaube ich nie und die Karten selbst, die dann da waren, das war halt einfach so, ich, wenn ich, wenn ich eine schwarze Karte, drei Stück gesammelt habe und es wird eine schwarze Karte aufgedeckt, bekommen alle so viele Punkte, wie sie schwarze Karten haben, dann kann ich, wenn ich diese schwarze Karte bekomme, kann irgendwer anders eine Aktion mit der schwarzen Karte machen, das heißt, da kann entweder so ein schwarzes Häuschen auf diesen Planen stellen, der wieder so Eisenbahnnetz zeigt und wenn ich halt auf der schwarzen Linie drei Häuser habe, bekomme ich dreimal drei Punkte und dann kann ich aber auch noch sagen, stattdessen, okay, ich mache das jetzt nicht, das Häuschen dahin stellen, sondern ich gucke, wie viele schwarze Karten haben alle anderen Spieler, du hast zwei, Stefan hat drei, sind fünf, ich habe zwei schwarze Karten, also ist jede meiner Karten fünf Punkte wert, ich verkaufe die, fertig und das ist halt so ein cleveres Spiel. Ja, aber es ist extrem kommunikationsarm, ich habe einfach so vor mich hingespielt, habe einfach nur diese Münzen so reingelegt oder habe halt aufgehört und es hat nichts mit Eisenbahnen zu tun. Nee, gar nicht. Also ich lege halt dann die Häuser auch noch so rein und mich hat es wirklich gar nicht abgeholt. Mich auch nicht, Marcel, sagst du, ich verstehe es gar nicht, das ist voll gut, voll clever. Ja, ist es, aber es ist clever und nicht nur, weil ein Spiel clever ist. Es hat mich nicht berührt, also dieses Spiel muss gut sein. Genau, also es ist clever, das ist richtig. Es gibt dem Spiel nichts vorzuwerfen, es ist ein gutes Spiel. Ja, aber es muss mich halt auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise packen und keins dieser Elemente hat mich jetzt motiviert, gepackt oder berührt. Dass man sich da jetzt auch, also man konnte sich viele Gedanken machen, aber ich wollte das irgendwie nicht. Genau. Wir haben es nachts um zwei gespielt, das ist jetzt auch so, da ist man auch nicht mehr ganz so fit, wenn wir es jetzt morgens gespielt hätten, wäre ein bisschen mehr drin gewesen, glaube ich. Aber selbstverständlich hat mir das Spiel nicht gefallen. Nee, das haben wir auch schon gesagt, so dieses Geräusch von diesem kleinen Geldstück aus Holz, das in diese Schale klimpert, das sagt alles über das Spiel aus. Sagt alles über das Spiel, das ist so sehr dominant, das ist das, was einem irgendwie nach dem Spiel im Gedächtnis bleibt, zumindest uns beiden. Also ich möchte beim Spiel reden können mit den anderen. Ich möchte da zumindest sagen können, ah, jetzt hast du mir das weggeschnappt oder, ah, ich brauche das unbedingt, ich will das jetzt noch und du steigst das gleich aus oder irgendwie so, aber das war alles nicht, sondern es war eher so, hm, 5-4, nehme ich so. Wobei, bei Fields of Green redet man jetzt auch nicht so viel miteinander. Das stimmt, aber da hatte ich noch das Interessante, was man selbst denkt. Genau, ich habe noch was Interessantes gehabt, was ich selber tun kann und das war, was ich jetzt machen konnte, fand ich nicht interessant. Also wer halt wirklich darauf steht, seine Punkte immer zu maximieren, wer aus sowas wirklich Spaß zieht und dann sagt, boah, wenn ich da mir toll Gedanken machen konnte, hier ist Max und hier, da coole Entscheidungen getroffen habe. Also wer sowas cool findet bei Spielen, der wird das cool finden. Und deine Mitspieler müssen das auch so mögen. Nö, das hätte auch Spaß, ohne dass wir Spaß dran haben. Achso, na gut. Weil du spielst ja schon vor dich hin, da wird die Karte aufgedeckt und du hast ja auch, außer das, ich tue dein Ding rein, jetzt nicht so viel Interaktion. Schon, aber ich glaube, es ist für ihn auch nicht spannend, wenn er keine Gegner hat. Ja, natürlich. Also, bei mir war es, tut mir leid, aber mir war es einfach egal, ob ich jetzt die Aktie verkaufe oder nicht, weil das war für mich so... Ja, aber wenn ihr cleveres Punkte maximieren mögt, dann könnt ihr euch das mal angucken, wobei es ist jetzt wie gesagt auch schon alt und ich würde auch einfach stattdessen vor Save spielen. Das habe ich gespielt, das fand ich witzig, nett, unterhaltsam, kurzweilig. Vor Save fand ich es besser. Aber dieses Geschenk ist noch zu teuer, das war auch okay. Ja, aber Mogul habe ich jetzt auch einmal gespielt und ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach zu versnob bin oder zu viel kenne, aber bei vielen Spielen sage ich, einmal gespielt, fertig. Ja gut, es war auch ein altes Spiel. Also, ich würde sagen, das war damals zu der Zeit, hätte ich wahrscheinlich das gespielt, 2002, hätte ich vielleicht gesagt, oh toll, weiter vertiefen und mit Leuten spielen, aber wir hatten ja nichts. Richtig, das war ja damals vor den goldenen Zeiten des Brettspiels. So, das Letzte haben wir jetzt wenigstens wieder dabei. Ich wollte noch irgendwas zum Abschluss spielen, dass ich wach werde. Es war halb drei oder irgendwie sowas. Da habe ich gesagt, ach, lass uns irgendwas Schönes, Lustiges, Schnelles noch spielen, wo ich auch Spaß haben werde. Ja, ich hatte Spaß, ich habe natürlich wieder verloren, aber ich hatte zumindest Spaß, für die, die es nicht kennen, Du warst die ganze Zeit da und meinte so, wie kann das sein, ist ihr schon fertig seid, das stand bei Ihnen doch eigentlich alles so viel am Anfang. Also, man hat diese Eissachen, ich habe mich natürlich wieder müde am Anfang, Eiskugeln und Eisbecher und man muss dann auf einer Karte, die kannst du mal nehmen, das dann so hinbekommen, wie es auf dieser Karte aussieht. man sieht es. So, dann halt um die Wette, alle schnell. Und dann muss man halt ganz schnell versuchen, ah, okay, ich mache das auf das drauf und mache das das rein und leg das auf und weiter. um und hier und den da rauf und das da rauf. und darf die Eisbrüche nicht anfassen. Also, es geht nur mit den Bechern hier. Go, go, gelato. Genau. Eigentlich ist das alles. Und dann ist der meiste Satz, der nachher immer kommt, wie kann das sein? Und man spielt das eigentlich, bis irgendjemand fünf von diesen Karten gesammelt hat, wovon es mehr als ganz viele gibt. Ich habe vorher schon gesagt, man spielt bis fünf, man spielt eigentlich den ganzen Stapel durch und natürlich haben wir den ganzen Stapel durchgespielt, weil das geht auch schnell und das geht so sehr in die Richtung von Dr. Eureka. Nur bei Dr. Eureka, das ist teilweise sehr frummig. So, dieses genau gucken, das ist darüber und hier und das ist wirklich ganz so zack, 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 zack schnell gemacht. Auch für Grobmotoriker durchaus auf jeden Fall geeignet als Dr. Eureka. Ich finde es besser als Dr. Eureka. Also, wenn ihr Dr. Eureka habt und mögt und toll findet, guckt euch das mal an. Das ist cool. Auch Marcel, ich habe erst Dr. Eureka hergebracht und gesagt, hier, das können wir noch schnell spielen. Das ist ja auch mal ganz witzig und Marcel meinte, oh, der hat schon zehnmal gespielt, vielleicht mit seinen Kids oder so, aber das wollte er ausprobieren und wir hatten auf jeden Fall super, super viel Spaß. Ich habe jetzt auch schon fünf, sechs Partien davon gespielt und das Ding würde ich immer spielen. Ist auch relativ farbenblindenfreundlich. Manchmal bin ich bei gelb und grün durcheinander gekommen, aber in der Regel eigentlich geht das. Meistens habe ich es dann wirklich einfach nur generell verscheckt. Ist ein cooles Ding. Wenn du das gesagt hättest, hätte ich viel häufiger gesagt, das stimmt nicht, was du machst. Nee, ich mache mir das in der Regel. Also, das ist ja auch von Blue Orange, die auch Panic Mansion gemacht haben. Panic Mansion ist auch nochmal was anderes als das hier. Ich hätte persönlich, glaube ich, das jetzt Kinderspielsache sogar cooler gefunden, wobei Panic Mansion auch schon cool ist mit diesem Schütteln und so. Aber das ist also echt ein cooles Ding. Also das werde ich auch nicht verkaufen, das kann man immer mal nachts um halb drei noch irgendwas spielen, wo man jetzt auch nicht so, also so ein Fields of Green nochmal zum Abschluss, auch wenn es nur eine halbe Stunde dauert. Nee, aber nach dem Mogul wollte ich noch irgendwas haben, was ich mit einem schönen Gefühl ins Bett gehen kann und da hatte ich wirklich nochmal Spaß am Ende. Also auch wenn ich gnadenlos verloren habe und mir immer gedacht habe, die betrügen doch. Das geht auch gar nicht so schnell. Ja, hatte ich dann auch viel Spaß. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau. Und das war alles, was wir gespielt haben. Wir haben gesagt heute, ja, ich fürchte, wir werden nicht zu so viel kommen. Ein, zwei Spielchen noch. Da werde ich euch dem Sagen morgen darüber berichten. Ich habe auch bevor Stefan gekommen, ist noch ein, ganz tolles Sachen gespielt. Wie ihr sagt, wie ihr gerade seht, ich habe ja manchmal so eingezockt pro Monat. Jetzt gerade sind es ein bisschen mehr, was auch sehr cool ist, dass wir trotz Sommer noch viel zum Spielen kommen und werde euch da auf jeden Fall dann auch berichten, wie das Ganze so war. Wir werden, also ich bin im nächsten Monat in München, dann werden wir wahrscheinlich nicht streamen, aber ich werde dann, also ich werde Stefan besuchen und dann werden wir da natürlich auch wieder spielen. Vielleicht mal wieder mich in seiner Spiele-Sammlung austoben. Genau. Und dann gucken wir mal, ob wir das im Juli nochmal schaffen, dass Stefan hier nach Göttingen kommt. Ansonsten denke ich spätestens im August vorbei, da bin ich auch wieder in München für ein paar Tage, aber wir kriegen das schon hin und wie gesagt, die Streams sind immer sehr cool, sehr interessant, sehr spannend. Stefan bespaßt auch den Stream immer sehr, sodass man teilweise sitzt und irgendwas erklärt und dann, man weiß schon genau, man muss gleich alles nochmal sagen. Ich frage da gleich nach, was noch machen. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sehr cool, macht sehr viel Spaß. macht mir sehr viel Spaß, das stimmt. Guckt da gerne mal rein und ja, dann sind wir mal gespannt, was heute noch auf dem Tisch standet. Es ist ein bisschen nach Eric Schorrhaus, mal gucken, wie wir es zeitmäßig zu schaffen und dann sehen wir uns. Wie gesagt, jetzt die Woche über werde ich wahrscheinlich nicht ganz so viel, ich werde mal gucken, wie viele Videos ich noch vorbereiten kann. Hamburg könnten wir auch gucken. Genau, Hamburg machen wir vielleicht nochmal ein extra Video zu, machen wir ein extra Video zu, weil ich bin nächste Woche in Hamburg, wenn Hamburger da sind, aber machen wir ein ganz kurzes Video zu, wie ich das ja auch letztes Jahr vor Berlin gemacht habe und ja, dann würde ich sagen, bis bald und tschüss. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018